Jod, ein lebenswichtiges Mineral und seine Bedeutung für den Körper. Jod ist ein Spurenelement, das lebensnotwendig für den menschlichen Körper ist. Es gehört zu den sogenannten Halogenen, wörtlich Salzerzeuger, einer Gruppe von chemischen Elementen, die auch Fluor, Chlor, Brom und Astat umfasst. Jod ist vor allem entscheidend für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, die eine zentrale Rolle spielen, im Stoffwechsel, Wachstum und der Entwicklung. Doch obwohl von enormer Bedeutung, kommt es sowohl beim Mangel als auch bei Überschuss zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen. In diesem Video beleuchten wir die Eigenschaften von Jod, Auswirkungen eines Mangels und Überschusses, sowie den Einfluss von Fluorid auf den Jodhaushalt. Viel Spaß beim Zuhören! Sie finden ergänzende, detaillierte Informationen über Jod bzw. die Lugolsche Lösung in meinem gleichnamigen Artikel oder Video. Knapp 20.000 Aufrufe und beinahe 1.000 Likes können nicht irren. Meine Informationen sind ehrlich, transparent und kompetent, denn, Zitat, Es gibt auch Leute, die aus Worten Schaum schlagen können, aber Schaum hat keinen Kern und sättigt nicht. Außerdem, wer Schaum schlägt, darf sich nicht wundern, wenn der andere sich eingeseift fühlt. Zitat Ende Lutz Mackensen Was ist Jod? Und warum gehört es zu den Halogenen? Jod ist ein chemisches Element mit dem Symbol I und der Ordnungszahl 53 im Periodensystem. Es gehört zur Gruppe der Halogene, die für ihre hohe Reaktionsfähigkeit bekannt sind. Wir finden Jod im Periodensystem in Gruppe 17, Periode 5, Block P, im nachfolgenden Bild gelb dargestellt. Halogene wie Jod kommen in der Natur meist nicht in reiner Form vor, sondern in Verbindungen. In der Ernährung nehmen wir Jod hauptsächlich auf über Meeresfrüchte, Algen, jodiertes Speisesalz und Milchprodukte. Die Zugehörigkeit zu den Halogenen bedeutet, dass Jod, wie zum Beispiel auch Flor und Chlor, stark mit anderen Stoffen reagieren. Der Begriff Halogen stammt von altgriechisch halos, gleich Salz, und der altgriechischen Endsilbe, also dem Suffix gen, gleich hervorbringend erzeugend. Demnach eben Salzerzeuger. Jod leitet sich ebenfalls aus dem Altgriechischen ab, von Iodes, gleich Pfeilchenfarbig, nach der Farbe seines Dampfes. Und schwupps haben wir es wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Das grausame medizinische Zunftjargon. Von unverständlichem Kauderwelsch hin zu einfachem Deutsch. Die Eigenschaften von Jod machen es sowohl nützlich als auch manchmal gefährlich, insbesondere wenn andere Halogene wie Fluorid oder Brom ins Spiel kommen. Sie können mit Jod um bestimmte Rezeptoren im Körper konkurrieren, was zu Problemen führen kann. Denn sie besitzen eine stärkere Bindungskraft gegenüber den Jodrezeptoren und können diese demnach für die Jodaufnahme blockieren. Die Rolle von Jod im Körper Jod ist ein essentieller Bestandteil der Schilddrüsenhormone Thyroxin T4 und Tri-Jod-Tyronin T3. Diese Hormone steuern eine Vielzahl von Prozessen im Körper, darunter zum Beispiel den Stoffwechsel. Schilddrüsenhormone regulieren, wie der Körper Energie aus Nahrung umwandelt und speichert. Das Wachstum. Bei Kindern ist Jod besonders wichtig für die körperliche und geistliche Entwicklung. Die Temperaturregulierung. Jod beeinflusst die Körpertemperatur und das Wärmeempfinden. Und das Herz-Kreislauf-System. Schilddrüsenhormone wirken auf Herzfrequenz und den Blutdruck. Somit ist ein gesunder Jod-Spiegel wichtig für das Wohlbefinden. Doch was passiert, wenn Jod fehlt oder im Übermaß vorhanden ist? Erklärung folgt. Jod-Mangel. Ursache, Symptome und Folgen. Jod-Mangel entsteht vor allem durch eine jodarme Ernährung. In Regionen, in denen Böden und Wasser wenig Jod enthalten, ist das Risiko besonders hoch. Vor der Einführung von jodiertem Speisesalz war Jod-Mangel in vielen Teilen der Welt ein großes Problem. Auch heute sind folgende Gruppen gefährdet. Schwangere und Stillende. Denn der Bedarf an Jod ist in der Schwangerschaft erhöht. Veganer und Vegetarier, diese Ernährungsformen können wenig jodhaltige Lebensmittel enthalten und Menschen mit bestimmten Erkrankungen, z.B. solche, die die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigen. Symptome von Jod-Mangel sind z.B. die Kopfbildung, eine Vergrößerung der Schilddrüse, um den Jod-Mangel auszugleichen, die Gewichtszunahme durch einen verlangsamten Stoffwechsel, Müdigkeit und Konzentrationsprobleme, denn mangelnde Schilddrüsenfunktion kann zu körperlicher und geistiger Trägheit führen, Kälteempfindlichkeit durch eine gestörte Temperaturregulierung und Entwicklungsstörungen bei Kindern, schwerer Jod-Mangel während der Schwangerschaft kann zu geistigen und körperlichen Behinderungen führen. Langfristige Folgen. Unbehandelter Jod-Mangel kann zu dauerhaften Schäden führen. Besonders problematisch ist er bei Föten und Kindern, da die Schilddrüsenhormone für die Gehirnentwicklung unverzichtbar sind. In extremen Fällen kann es sogar zu sogenanntem Kretinismus kommen, einer schweren Form geistiger Behinderung. Jod-Überschuss. Eine seltene, aber mögliche Gefahr. Während Jod-Mangel weltweit häufiger ist, kann ein Jod-Überschuss ebenfalls Probleme verursachen. Meist tritt er auf, wenn man zu viel Jod durch Nahrungsergänzungsmittel aufnimmt oder zu viel extrem jodreiche Lebensmittel isst. Symptome eines Jod-Überschusses sind zum Beispiel die Schilddrüsenüberfunktion, also eine Hyperthyreose. Zu viel Jod kann die Schilddrüse überstimulieren und zu einer Überproduktion von Hormonen führen. Oder auch Hautprobleme. Manche Menschen reagieren auf hohen Jodkonsum mit Hautausschlägen. Aber auch Magen-Darm-Beschwerden, wie Übelkeit und Durchfall können auftreten. Gefährdete Gruppen sind Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus-Basedo oder veraltet Glotzaugenkrankheit. Oder Personen, die regelmäßig sehr jodreiche Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Der Einfluss von Fluorid und anderen Halogenen auf Jod Eine der größten Gefahren für den Jodhaushalt ist der Kontakt mit anderen Halogenen, insbesondere Fluorid. Dieses Halogen wird häufig in Zahnpasta, Trinkwasser und industriellen Prozessen verwendet. Doch Fluorid kann Jodrezeptoren blockieren und so die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse hemmen. Wie blockiert Fluorid Jod? Fluorid ist chemisch ähnlich zu Jod und kann mit diesem um die Bindungsstellen an Rezeptoren konkurrieren. Wenn Fluorid die Rezeptoren blockiert, kann Jod nicht mehr effektiv aufgenommen werden. Dies führt dazu, dass die Schilddrüse weniger Hormone produziert, was letztlich die Symptome eines Jodmangels nachahmen kann. Weitere Risiken von Fluorid Fluorid steht im Verdacht, auch andere gesundheitliche Probleme zu verursachen, wie zum Beispiel Knochengesundheit. Übermäßiges Fluorid kann zu sogenannten Fluorosen führen, die Knochen und Zähne schwächt. Nervensysteme Einige Studien deuten darauf hin, dass Fluorid in hohen Mengen die geistige Entwicklung von Kindern beeinträchtigen könnte. Weitere Infos zur eigenständigen Recherche findet man auf der Webseite fluoridalert.org Bedenken Sie, vorgefertigte Meinungen fliegen uns an wie Bazillen, doch dagegen gibt es ein gutes Rezept. Man vollzieht eine Metamorphose vom bloßen Hirnbesitzer hin zum Hirnbenutzer und denkt eigenständig, hinterfragt die Dinge. Erst danach bildet man sich eine eigene Meinung und plappert nicht mehr unreflektiv nach, was man irgendwo hört, liest oder sieht. Wie kann man einem Jodmangel vorbeugen? Um einem Jodmangel vorzubeugen, ist es wichtig, sich in Anführungszeichen ausgewogen zu ernähren, aber bei Bedarf auch gegebenenfalls auch Jod einzunehmen, zum Beispiel durch die bereits erwähnte Lugolsche Lösung. Jodreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Fisch und Meeresfrüchte, zum Beispiel Lachs, Thunfisch und Makrele. Allerdings sind Fische heutzutage stark mit Schwer- und Leichtmetallen belastet. Algen, besonders Wakame und Nori sind reich an Jod. Oder jodiertes Speisesalz, eine einfache Möglichkeit den Jodbedarf zu decken. Hört man immer wieder, reicht in der Praxis aber meist nicht, um den Jodbedarf zu decken. Milchprodukte und Eier enthalten zumindest moderate Mengen an Jod. Vermeidung von Störfaktoren Floridfreie Zahnpasta verwenden Ich verlinke eine Möglichkeit in der Videobeschreibung, um die Blockierung von Jodrezeptoren zu minimieren. Verzicht auf bromhaltige Lebensmittel Brom kann, ähnlich wie Florid, den Jodhaushalt stören. Schwimmen in chlorhaltigem Wasser vermeiden Viele Schwimmbäder und Poolbetreiber nutzen nämlich Chlor, um das Wasser aufzubereiten. Jod-Aufnahme bei Schilddrüsenproblemen 1. Schilddrüsenunterfunktion Die sogenannte Hypo-Tyreose Bedeutung Jodmangel kann eine Unterfunktion verursachen, da die Schilddrüse Jod benötigt, um die bereits erwähnten Hormone T3 und T4 zu produzieren. Beispiel Bei Jodmangel kann eine ausgewogene Jodzufuhr durch die Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel, z.B. Meeresfisch, Lugolsche Lösung, sinnvoll sein. 2. Schilddrüsenüberfunktion Die Hyperthyreose Bedeutung Eine überaktive Schilddrüse kann durch zu viel Jod noch stärker stimuliert werden. Beispiel Vermeidung von hohen Jodmengen, insbesondere in Nahrungsergänzungsmitteln oder jodreicher Ernährung. 3. Die sogenannte Hashimoto-Tyreoiditis Also eine Entzündung der Schilddrüse Bedeutung Diese Autoimmunerkrankung führt oft zu einer Unterfunktion. Zu hohe Jodmengen können die Immunreaktion verstärken. Beispiel Moderate Jodzufuhr, um Defizite zu vermeiden, ohne den Krankheitsprozess zu fördern. Therapeutische Überwachung ist hier natürlich immer wichtig. Allgemeine Hinweise Individuelle Dosierung Jodbedarf und Jodverträglichkeit sind nach Erkrankung unterschiedlich. Lassen Sie sich messen. Dazu gleich mehr. Beratung Konsultation eines versierten Therapeuten Wie kann man Hinweise auf eine Schilddrüsenunterfunktion selbst schnell und einfach erkennen? Mit dem Broder-Barns-Test. Der Broder-Barns-Test misst die sogenannte Basaltemperatur, also die Körpertemperatur in Ruhe, um einzuschätzen, wie die Schilddrüse funktioniert. Es wird angenommen, dass eine niedrigere Basaltemperatur auf eine Schilddrüsenunterfunktion hinweisen kann. Durchführung 1. Vorbereitung Thermometer Barnes empfiehlt ein Quecksilberthermometer 2. Messzeitpunkt Direkt nach dem Aufstehen, bevor du aufstehst oder dich bewegst 3. Messung Platziere das Thermometer unter der Achselhöhle für etwa 10 Minuten 4. Wiederholung Miss die Temperatur an 5 bis 10 aufeinanderfolgenden Tagen Interpretation Normale Temperatur liegt zwischen 36,5 und 36,8 bzw. 37 Grad Unter 36,5 Grad bedeutet, dass es einen möglichen Hinweis gibt auf eine Schilddrüsenunterfunktion. Achtung! Während der Menstruation sollte der Test nicht durchgeführt werden. Dies kann zu falschen Ergebnissen führen. Ein niedriger Wert alleine reicht allerdings nicht immer für eine gesicherte Diagnose. Lassen Sie einen Therapeuten im Verdacht überprüfen. Weiterführende Infos in meinem Artikel oder Video mit dem Titel 37 Grad Celsius und die Körperlokomotive Mehr über den Test kann der geneigte Zuhörer dem Buch von Dr. Broder Barnes entnehmen. Der Titel lautet Hypothyroidism – The Unsuspected Illness Ich verlinke dieses in der Videobeschreibung. Soweit ich weiß, gibt es dieses aber leider nicht auf Deutsch. Jodwerte messen lassen Bevor Sie nun schnurstracks irgendwelche jodhaltigen Nahrungsergänzungsmittel kaufen und konsumieren, sollten Sie zuvor Ihre Jodwerte messen bzw. messen lassen. In meiner Praxis nutze ich den vielfach erwähnten Oligoscan bzw. Socek. Dieser hat sich bewährt. Er misst die 21 wichtigsten Mineralien, die 15 giftigsten Metalle und die 7 bedeutendsten Vitamine. Demnach erhalten Sie nicht nur einen absoluten Jodwert, sondern einen Gesamtkontext. Nachfolgendes Bild zeigt den Ausschnitt einer Messung. Wollen Sie sich messen lassen? Vereinbaren Sie einen Termin in meiner Praxis in 95326 Kulmbach unter info at heilpraktiker-stößlein.de Betreff Oligoscan Zusammenfassung bzw. Konklusio Jod ist ein unverzichtbares Spurenelement, das notwendig ist, damit die Schilddrüse funktioniert und viele andere Prozesse im Körper. Ein Mangel kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen, aber auch ein Überschuss ist nicht unproblematisch. Besonders kritisch ist der Einfluss von Fluorid, das die Aufnahme von Jod im Körper behindern kann. Die Lösung liegt, wie immer, in der richtigen Balance. Eine jodreiche Ernährung ergänzt durch den bewussten Verzicht auf Fluorid und andere störende Substanzen kann helfen, den Körper gesund zu halten. So bleibt die Schilddrüse im Gleichgewicht und mit ihr unser Wohlbefinden. In diesem Sinne, wie immer, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Klicken Sie auf die Glocke, werden Sie immer über das Erscheinen meines neuen Videos informiert. Kommentieren Sie Ihre Gedanken zu diesem Video und teilen Sie es mit Familie, Freunden oder wer Ihnen sonst noch gewogen ist. Sie haben ferner die Möglichkeit, meine Arbeit zu unterstützen, indem Sie Mitglied meines YouTube-Kanals werden, für nur 1,99 Euro pro Monat. Sie erhalten dafür immer eher Zugang zu neuen Inhalten und das Abo ist auch jederzeit wieder kündbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine energiereiche Zeit. Bleiben Sie gesund und bis bald. Kill Sie gesund. Vielen Dank.